Im Mai sorgten überraschend hohe Inflationszahlen aus den USA für Nervosität auf den Kapitalmärkten. Am Ende des Monats steht der US-Leitindex S&P 500 dennoch mit einem leichten Plus da. Dagegen war die Kursentwicklung im Euroraum im Laufe des Monats Mai deutlich positiv. Das Schlusslicht an den Börsen bildete der chinesische Aktienmarkt, den wir in Antizipation korrekterweise aber stark untergewichtet hatten. Wie wir uns für nächsten Monat taktisch positionieren, möchten wir Ihnen im Folgenden erklären. Die Inflationssorgen, die im Mai verstärkt um sich griffen, konnten von der US-Zentralbank FED erfolgreich beschwichtigt werden. Zumindest fürs Erste ist damit der kometenhafte Anstieg der marktgepreisten Inflationserwartungen für die USA zunächst unterbrochen. Dies ist positiv für Anleihen, aber auch für Aktien. Denn Aktien bieten als Sachwerte zwar einen gewissen Inflationsschutz, ein starker Anstieg der Inflation verunsichert jedoch in der Regel die Märkte und führt daher zu Kurskorrekturen. Dieses Szenario scheint uns erspart zu bleiben. Stattdessen sehen wir immer klarer, dass die Konjunktur Fahrt aufnimmt und dass das Infektionsgeschehen dank steigender Temperaturen und vermehrter Impfungen zurückgeht. Die USA waren bei dieser Entwicklung früher dran als Europa. Entsprechend euphorisch fielen dort die jüngsten Umfrageergebnisse unter Einkaufsmanagern im Mai aus. Doch auch in Europa zieht die Wirtschaft nach und mit dem Rückgang des Infektionsgeschehens und der weiteren Normalisierung des Lebens erwarten wir für Europa eine schwungvolle Konjunktur in den Sommermonaten und darüber hinaus. Hierfür werden auch die wieder vermehrt stattfindenden Reisen innerhalb des Kontinents sorgen. Auch in Asien läuft die Wirtschaft gut, insbesondere in China. Doch vorübergehend dürften ausnahmsweise einmal die Wachstumsraten in den alten Industriestaaten beeindruckender ausfallen. In der Konsequenz halten wir Aktien insgesamt neutral gewichtet. Mit Blick auf die unterschiedlichen Regionen gewichten wir den Euroraum, das Vereinigte Königreich und die USA über. Die Region Asien-Pazifik außerhalb Japans belassen wir taktisch auf einem starken Untergewicht, obwohl wir mittelfristig in dieser Region das größte Potenzial sehen. Das Rentensegment gewichten wir wie im Vormonat unter. Hintergrund ist, dass der Konjunkturaufschwung zu steigenden Renditen bei Staatsanleihen führen dürfte. Dabei erwarten wir, dass besonders die Anleihen der Euroraumstaaten, die nach wie vor sehr niedrige Renditen aufweisen, unter Druck geraten könnten. Diese Gruppe gewichten wir daher unter und bevorzugen stattdessen die lukrativeren Hochzinsanleihen von Unternehmen, die auch vom Konjunkturaufschwung profitieren. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.